Yo, hi Leute, hier ist euer MrGunsch, mein Name ist Raphael und willkommen zu einem neuen Video von mir, zu einem kleinen Informationsvideo Ja, es wird euch wahrscheinlich schockieren, so würde der Livestream zumindest aussehen, hier rechts halt natürlich dann der Chat und unten Ja, wahrscheinlich noch zu spenden, so mit ReliveKader, also Paypal spenden, wollte ich machen, aber Ja Leute, ich habe drei Monate Sperre zu streamen, vielleicht wird es auch früher entsperrt, aber ist eher unwahrscheinlich, also ich habe jetzt 90 Tage Sperre Ja, ich wollte halt einen Gefallen tun, aber leider habe ich direkt Sperre bekommen, kann dagegen jetzt nichts mehr tun, ich kann irgendwie, ich kann nichts mehr tun, ich kann gar nichts mehr tun Ja, es werden jetzt einfach mehrere Videos jetzt kommen, ich versuche jetzt jeden Tag ein Video zu machen, vielleicht auch zwei noch die Videos Oder jeden zweiten Tag noch ein Video, um das auszugleichen, vielleicht ein bisschen längere Videos Ja, ist halt blöd, ich bin gerade auch von was Farmen, das da hier, dass ich auch davon ein Video machen kann Was man da so rausbekommt, wenn man das öffnet Damals waren die Gefäße natürlich viel viel billiger, jetzt sind die irgendwie zu teuer geworden, warum denn auch immer Und es sind hier zwei Helfer aus der Firm, falls jemand in die Firm möchte, bei der Firm Moment, ich nehme mal hier einen Namen, sie seht ihr jetzt alles, Namen, alles Ich werde jetzt auch die Videos jetzt alles auch in der Full HD, beim nächsten Video wird es natürlich wieder Vollscreen sein Und, ähm, ja, Montag wird ein Special Video kommen, ein Vorstellungsvideo Vielleicht könnt ihr es euch schon vorstellen Vielleicht war es mal ein Vorstellungsvideo über was Aber, ihr könnt es mal unten in den Kommentaren schreiben, was ihr denkt Und, ähm, ja, wir werden hier noch ein paar Viecher hier killen Ich bin echt schade, ich könnte auf Twitch streamen, aber ich habe, ich habe einen Kanal, aber ich habe nicht so die Lust Ansonsten, stream ich einfach auf Twitch Und, ja Aber auf Twitch, da müsste, ja, da, ich weiß, ich finde Twitch ist gar nicht so geil, wisst ihr YouTube ist das Beste, also finde ich am besten, aber Aber, aber ich sage ja nur, Azok, tja Jetzt habe ich leider Bann bekommen Aber was soll man tun Kann man dagegen leider nichts tun Aber ich habe nur Bann bei Streamen, also ich habe jetzt nichts wegen Urheberrecht oder so bekommen Einfach nur Bann bekommen Ist schon schade, ist schon schade, also Beim nächsten Mal, darf ich nichts mehr streamen, also nur Spiele und fertig Ähm Eventuell auch auf meinen zweiten Account, weil ich habe einen zweiten Account, aber Ich weiß nicht, ob ich das streamen möchte Dann müsste ich das erstmal verlinken und so Aber es lohnt sich ja gar nicht, wisst ihr Okay, die Videos könnte man trotzdem dann hochladen auf dem Kanal Das wäre jetzt auch nicht so das Problem Hm, ja, also Doch, könnte man trotzdem auf dem Kanal hochladen dann Wenn ich Verkauft ca. 200 Donnerflussland und 500 Gileon Steine made, mit Geburt, Papier 5.000 Gileonsteine 5.000 Moment, ich würde, ach scheiß drauf Ich würde jetzt gerne anschauen, aber egal Ähm, ich werde mir jetzt auch einen 35er Charakter machen Auf dem zweiten Account halt Und da würde ich dann Dauer PTS machen, also ich würde dann richtig viele Gileonsteine farmen Und ein bisschen Geld farmen, genau Gileonsteine farmen Bisschen Geld farmen, doch, ja doch Gileon und Geld farmen Ich frage mich mal, ob Onyx für mich gut ist, man Wenn du sie mir gibst Oh, manche Leute scheinen so cool schütteln Oh, Ritter Wir haben schon 21 Thronen Aus 140 Gefäßen Bei Attacken Also nicht bei Normal Okay Schade Oh, man Leute Ich finde es echt schade Ähm Ah, wieso bekomme ich so ein Band Das ist echt mies, ey Ich schwör, man Übertreiben direkt Direkt dann Aber ja, also Ja, es war wie gesagt Ein kleines Informationsvideo Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen Und ja, viel Spaß zum Sacken Lass euch nicht abzocken Und bis zum nächsten Mal Ciao